Aber, es ist auf... Oh yeah! Hahaha! Das ist so geil! Und boom! Oh shit! Mal gucken, wie viel... Wie viel... Damn! Morgens und herzlich willkommen zurück bei Stay and Play. Heute mal mit einem Spiel, wo ich ehrlich gesagt ein bisschen entgegengefiebert hab. Namens Just Die Already! Kam heute raus. Ich glaub um Halb 6 war es auf Steam verfügbar. Ist auf jeden Fall vom Entwickler Double Moose. Der Publisher ist Curved Digital. Auf den Systemen verfügbar. Auf der PS4, Xbox One, Switch und dem PC. Vom Genre her haben wir hier ein Sandbox-Spiel, beziehungsweise Indie-Game. Und, äh, ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es gut ist, weil, wie schon gesagt, ich hab mich jetzt drauf gefreut. Und dann schauen wir gleich mal rein, was uns bei diesem Spiel erwartet. Okay. Also wie ich das jetzt in Erinnerung habe, werden wir jetzt gleich vor die Tür beim Ding gesetzt. Beim Altersheim. Und jetzt haben wir die Auswahl zwischen Stanislav, Wally, Lucky und Kamala. Also ich würd' sagen, Stanislav ist eigentlich der Revolver. Jetzt ist es die Frage. Sehen wir Dyrr oder sind wir etwas dicker? Wally oder Stanislav? Ich glaub aber was. Stanislav wird es sein. Aha. Okay, der schaut auf jeden Fall so richtig motiviert aus. Okay. Gott. Okay. Was ist das? Kann ich damit machen? Oh, das ist gar nicht okay. Die denken, die können mich in diesem Bettchen hier einsperren, wenn ich nur etwas Scharfes hätte, um sie zu zerstören. Okay, dann müssen wir gleich mal suchen, ob wir hier irgendwas finden. Also die Steuerung ist echt. Achso, da kann ich... Aha. Oh. Das hätte ich vielleicht. Okay. Oh, shit. Ich glaub, ich sterb. Jetzt schon? Jetzt ab... Oh Mann, und ich brenn schon. Ja, ja, super. Fängt auf jeden Fall... Oh. Oh. Ey. Die nehm ich auf jeden Fall mit raus. Wenn ich hier rauskomme... Warte mal. Ich muss erst mal gucken, was hier ist. Die Tür sollte mit einem... Sollte ich mit einem goldenen Schlüssel aufkriegen. Der müsste hier irgendwo sein. Okay, also. Goldener Schlüssel. Ganz. Okay. Oh, shit. Ah, ich hätte gesagt, da wäre eigentlich besser gewesen, ein besserer Arm dran als Arm ab, aber jetzt ist er schon ab. Also ich... Ich überlebe es nicht mal, hier aus dem Raum rauszukommen. Das ist... Oh nein. Ich brenne gleich wieder. Ich hab da echt... Äh... Äh... Ich glaube, ich habe hier leichte gesundheitliche Probleme. Ja, ich glaube, ich sollte sterben. Das ist so schmutzig. Du fällst hier auf einem Bein. Yeah. Also, ich bin noch nicht mehr aus dem Raum rausgekommen. Okay, gut. Respawn. Da drüben liegt noch mein Arm. Also, wir wissen auf jeden Fall, das nächste Mal, wenn ich hier einen Arm verliere, kann ich hier auf jeden Fall nochmal einen nachwachsen lassen. vielleicht. Ja, ich sollte hier nicht so nah ran. Oh. Ah, wir haben den goldenen... Okay, okay, okay. Jetzt, äh... Jetzt... Ach so. Ach so, ich hänge noch fest. Ja, super. Okay. Ah, jetzt ist er... Oh, oh. Was ist da los? Ach, ich kann sogar die Bettdecken heben. Okay. Ha. Die Brille will ich auf jeden Fall. Komm. Ausrüst... Oh, shit! Ähm. Äh. Äh. Ich... Alter. Oha. Das ist so dumm. Äh. Ey, ich leb noch. Schaut euch das mal an. Also, ich glaube, ich geh wieder rein zu den Piranians. Ich denke, das hat keinen Sinn mehr. Hi! Wie bin ich da überhaupt gerade eben reingekommen? Ich war doch gerade noch da drüben gestanden. keiner weiß. Äh, sterbe ich nicht? Jetzt komm schon. Just die already. Soll das. Äh. Äh, Leute, ich glaube... gebrochene Knochen, ich glaube, da ist mehr als gebrochen. Da fehlt ja alles bei dem Typ. Könntest du bitte... Ich würde gerne sterben, bitte. Ja, stirb doch. Also anscheinend scheint man hier durch alles zu kapieren. Ich komme hier nicht mehr raus. Reizen. Ja, komm, ich respawn einfach. Egal. So. Okay, wir halten uns jetzt auf jeden Fall definitiv vor den Brandias-Fern. Die sind, äh, nötlich. Wow, 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 wow. Was ist... Aha, aha, uh. Ja, das wird... Oh! Ich glaube, das ist eine sehr... Das ist Öl. Ähm. Ja, also die haben gesagt, wenn ich was Spitzes finde, kann ich hier aufmachen. Also. Oh! Wow, okay. Yeah, okay, wir sind hier raus. Äh, nee, 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 den Kompadern nicht. Aber die, die lieben wir. Wow! Okay, so, ja. Gut. Also, guten Tag, Sir. Warten Sie... Steht der nochmal auf? Ey, bleib hier. Warte auf mich. Hahaha. Was ist das? Hä? Hä? Der kann nicht reden. Ja, okay. Ich dachte, du wärst oben eingesperrt. Äh, würde... Warte mal. Wie bist du hier runtergekommen? Ich dachte, du wärst oben eingesperrt. Äh, würdest du... Was? Äh, würdest ein Nickerchen halten? Egal, wir feiern eine Party für Joe, der gerade verstorben ist. Wieso feiert ihr dann eine Party? Okay, störe ja nicht die Party und verdirb uns den Spaß, indem du anderen wehtust, Geschenke öffnest oder Ballons kaputt machst. Ich hack den Kopf runter. Komm her! Komm her! Yeah! Wuhu! Also, da labert die einfach... Boah, jetzt hat die mir... Hat die mir jetzt erst auf die Schelle ge... Ja, ja, ja. Hat die mir jetzt erst auf die Schelle ge... Jetzt krieg ich sie aber. Boah! Okay. Boah, shit! Was geht denn hier ab? Ich teleportier mich hier durch den Raum. Kann ich hier nicht mal ein paar Leute zerstören? Warten Sie! Warten Sie! Ich will mitfeiern! Oh! Okay. Wer ist denn das da hinten? Wollen wir hier gleich mal schauen? Hallöchen, du siehst doch diese Clowns, die da herumstehen und feiern. Ich hasse, die halten sich immer für was Besseres, aber ich weiß, wie ich es ihnen zeige, indem ich sie reize. Du kannst alte Leute reizen, dann machen sie dich gleich... Machen sie sich gleich in die... Hosen. Empfindlich wie... Rimmel. Wie ist es aus? Okay, ja, dann... Äh... Warte mal, wie war nochmal? Ich glaube... Ach, nee. Hä? Geht nochmal reizen? Kann ich mich hier hinlegen. Was macht das mal los? Hä? Geht nochmal reizen? Äh, das war nicht beabsichtigt. Egal. Also da drüben zerlegt es mich safe an der... Hallo. Das ist schon dumm, ey. Ich geh mal vor zu ihr und drei Steamer müssen. Ich mag sie gar nicht. Egal. Da kriegst du gleich noch einen. Oh, ich bin... Scheiße, ich bin gespawnt, bin auszusehen auf die Tastik. Egal. Wir gehen in die Tastik. Warte mal. Warte mal. Wir nehmen... Ich will das Ding. Ein Rollator. Nee, den will ich eigentlich nicht. Ich will... Ich wandel da drin. Da kann ich wieder rein? Nee, da komm ich nicht mehr rein. Ja gut, dann muss ich wohl nach unten gehen. Irgendwie. Äh, nee. Der Steckdose will jetzt nicht zu fahren kommen. Da komm ich hier irgendwie... Hugh. Kann ich den damit wegkommen? Hallo. Ja, was... Was kann ich damit machen? Hallo? Komm, gib sie. Och man, da kann ich nicht mehr rein. Naja. Die anderen alten Herrschaften mögen es nicht, wenn ich sie reize. Vielleicht klappt das ja. Ich muss die doch weiter. Okay. Wir fangen auf jeden Fall... Lass das wegrennen an. Komm, ich will es dann drüber... Ach, komm. Ja, so leck ich mich hin. Das ist... Hä? Das ist eine saugomische Steuerung. Okay. Okay, äh... Ja. Also, ich glaub... Oh, Mann. Kann ich die... Und die gibt mir gleich die... Okay, die ist da. Das reicht. Warten Sie. Oh ja! Huah! Der brennt! Geil. Yeah. Also, ich glaub, es gibt gleich nichts mehr hier zum Reizen. Ja, bleib hier. Bleib hier. Ja, okay. Ja, okay. Was flippen die denn so aus? Ich würde gerne raus. Muss ich irgendwie dazu raus? Die Pflegerin scheint es zu missfallen, wenn ich die Party störe. Okay, dann muss ich die halt ein bisschen weiten. Komm. Ich will hier raus. Warte mal. Kann ich da bitte nur den Leuten ganz drüber zünden? Moment. Oh yeah. Die hat ordentlich eine gepfeffert bekommen. Na ja, nochmal. Komm her. Boah, shit. Was bringt mir, dass man nicht da... Ach, da kann ich die... Ah, okay. Okay, okay. Kann ich den prügeln? Ich habe keine Ahnung. Ja, was ich das machen? Das ist so stumpf, ey. Na, hier. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier rauskommen soll, ey. Komm schon. Prügel mal den einfach. Na hier. Ey, warte auf mich. Na hier. Warte mal, ich lasse den mal los. Warte mal, da oben ist eine... Oh. 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 Okay. Also, das war jetzt eigentlich nicht geplant. Egal. Dadurch kriege ich jetzt, glaube ich... Kriege ich die jetzt? Dann ziehen wir den mal weg. Moment. Yeah. Okay. Komm. Lass mich raus. Der kriegt jetzt ein paar. Moment. Och, Mann. Krieg voll daneben. Boing. Tschüss. Oh. 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 Äh. Breakdance oder was? Ja. 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 Würdest du mal bitte mich rauswerfen? Ich hab mir das nicht mehr einfach so rausgesetzt, aber ich muss es halt echt übertreiben. Warte mal, den Kuchen willst du auch ins Gesicht, oder? Ah. Okay. Es ist vermutlich für... Die Gesundheit zum Herstellen. Ja. 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 Okay. Ich bin... Was? Dies ist benehmlich. Jetzt langsam. Du fliegst jetzt raus. Yeah. Das wollte ich doch. Dankeschön. Wuhu. Freiheit. Okay. Kopf über. Geil. So. Okay. Also. Oh. Hey, du da. Komm mal kurz her. Warte, ich nehme die Axt mit. Was möchtest du? Diskutieren? Äh, geht denn jetzt noch mal? Ah, so. Du wurdest endlich aus dem gammeligen Altenheim geworfen. Was? Toll, willkommen draußen in der Welt. Jetzt kann alles nur besser werden. Ich glaube nicht. Du kannst alles mögliche machen, aber die meisten alten Leute arbeiten die Lebensziele auf ihrer Liste ab. Wenn du Lebensziele auf der Liste abschließt, kannst du neue Gegenstände kriegen, die du dann aus Automaten holen musst. Für manche Lebensziele gibt es besondere Tickets. Mit Tickets kannst du besondere Gegenstände auf den blauen Automaten kaufen. Es liegen auch welche in der Stadt rum. Also schnappst du die einfach. Mit Tickets kannst du dir einen neuen Altenheimplatz kaufen. Davon träumen alle alten Leute. Ich habe gehört, damit kommt man in ein Heim in Florida. Ach, du hast keine Zieleliste hier? Ne, meine. Ich schaffe es sowieso, die hier in Florida. Okay, der hat schon aufgegeben. So geil. Ja gut, dann schauen wir mal, was mir Bülphönix respawnet. Nur eine Fleischwunde. Verliere irgendwie eine deiner Gliedmaßen. Okay, ich glaube, das sollte nicht ganz so schwer sein. Ich meine, ich habe es im Altenheim schon geschafft, nötige Körperteile zu verlieren oder von Piranhas gefressen zu werden oder zu verbrennen, auszurutschen oder einfach random an irgendeinem Schrank den Arm zu verlieren. Also es dürfte relativ sein. Spiel hilft viel. Finde ein Arzneimittel im Altenheim und kochste mal. Muss ich nochmal zurück. Aufgeblasen. Schwell an, bis dein Charakter kaum erkennbar ist. Okay, nur Ketchup. Verliere eine bestimmte Menge Blut. Dein Revier markieren Pinkler. Pinkler auf und der Strom stehen die Gegend. Wie kann ich pinken? Ah, ich habe was. Yeah, ich habe ein Ticket. Okay. Isst oder trinkt etwas. Kriege einen Elektroshop ab. Hol dir einen Gegenstand aus dem Automaten. Ja gut. Und das geht dann immer so weiter. Och Gott. Okay, ja. Wir werden jetzt einfach mal random probieren, irgendwelche Ziele zu erreichen. Ähm. Okay. So. Stun is love. Willkommen in der großen Welt. Auf jeden Fall sehr stimmig die Melodie hier. Komm, ich bin mal hier. Wir haben auch schon abgegeben oder was? Ja klar, genau. Wir probieren es mal lieber. Ich glaube, was passiert denn eigentlich? Ich darf mal. Boah. Okay. Wir haben auf jeden Fall Gnochenbruch. Ah, die kann ich werfen. Ah, die kann ich werfen. Glaubt das? Gibt es mir das wieder? Hä? Oh Gott. Alles klar. Jetzt hat es mal wieder voll auf die Kaulaste gehauen. Oh, was ist das? Kann ich da hoch? Oho. Da geht das da. Okay, okay. Das ist vielleicht... Äh. Ich weiß nicht, ob das klappt hier oben. Aber ich glaube, ich breche mir jetzt alles. Nein! Warten Sie. Ich will die Axt mitnehmen. Oh, ja. Ich bin oben. Okay. Dann sind wir jetzt mal auf dem Dach. Mal gucken, was hier so ab... da kann ich bestimmen. Leider hoch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Oh, okay. Ähm. Ähm. Okay. They see me rollin. They haidin. Also, uns geht es auf jeden Fall noch gesundheitlich saugut. Ich glaube, ich kann es gar nicht mehr machen. Ich glaube, ich respawn... Oh, ich bin in den Mülltonnen. Ich respawn... Alles klar. Oh, ja. Da ist das nächste Ziel. Warte. Strom. Ja, Mann. Juhu. Okay. Und wie pinkele ich irgendwo hin? Ich habe gehört, dass man mit dem Alter zerbrechlicher wird, weil man innen hohl wird. Boomer bestehen eigentlich nur aus heißer Luft. Nur noch aus heißer Luft. Ah, ich kann hier... Okay. Hier irgendwas. Ah, da kann ich jetzt nicht. Was kriegt mir das? Ich habe keine Ahnung. Aber das Ziel mir nicht. Oh, Mann. Ey, der ist aber echt motiviert. Der ist voll bei der Sache. Oh. Dann... Keine Ahnung, was ich hier gerade machen soll. Aber auf jeden Fall... Warte mal. Da war er... Ah, hier. Ich kann mir das abholen. So. Neun Gegenstände halten. Gegenstände aus der Liste kannst du an einem Automaten holen. Es gibt drei Arten von Automaten. Rot, Gelb und Blau. Rot, Waffen, Gelb nützliche Gegenstände, Blau, Ticket-Gewenstände. Ich habe ihn für vier Stunden gerade. Oh. Ein Felt-Taser. Oh, den will ich auch. Ne Axt. Hallo? Abholen. Oh, jetzt hört sich keiner, was ich gekriegt habe. Egal. Da habe ich noch was. Hallo? Keiner weiß. Ah, Anabolika. Okay. Nur Ketchup. Bienengranat. Ich bin auf jeden Fall nicht da. Wo finde ich einen Automaten? Ah. Warte mal, ich bin der Taser. Habe ich mich jetzt im Inventar oder was? Ah. Yeah, Leute. Da kann er gleich noch mehr putzen. Warte. Nein. Ich will eigentlich, das will ich nicht. Ich will dahin pinkeln. Nein. Ah. Soll ich mich aufstehen. Soll ich mich aufstehen. Ich stehe nicht. Ich stehe nicht. Ich stehe nicht. Oh. Eigentlich. Ne. Warten Sie. Warten Sie. Warten Sie. Nein. Ist noch nicht so wieder, Mann. Ach komm. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Nein. Ich will in die elektrische Leitung pissen. Also, jetzt lass mich mal aufstehen hier. Lebensstil. Äh. Warten wir mal. Vielleicht muss ich jetzt. Oh shit. Okay. Ähm. Ist der jetzt auf einmal da und stoppt? Haut der den nicht mehr oder? Warte. Ich will eigentlich den Taser. Wo kann ich denn hier? Warten Sie. Ja, okay. Warten Sie. Ah, hier habe ich noch was. Knochen mal. Okay, jetzt. Ja, und wo habe ich jetzt mein Ding herbekommen? Mein Taser? Ich will endlich. Okay, ich erwarte. Äh. Den hier an, Mann. Yeah. Okay. Bereit? Oh. Okay, der ist sofort verbrückt. Elektro-Ohr-Fall, komm. Oh. Okay, das habe ich verbrückt. Ja, ist nicht. Habe ich den Taser noch? Ich glaube, ich bin nicht gerade verloren. Oh, Mann, ey. Ah, da ist er. Warten Sie. Den will ich wieder. Ich gleich noch die Schelle. Pass auf. Ja, hier. Was, du gibst du Backpfeifen, ne? Au. Das ist mir eine richtig ganze Zeit. Backpfeifen. Willst du drauf gehen? Warte, wenn ich gleich meine Opa Superkräfte auspackt, dann gib sie vor. So, Stand is love. Äh, warte. You? Okay. Elektro-Ohr-Fallke in drei. So, okay, und jetzt rennt. Ah, ne, ich habe den nicht abfällt. Äh. Ich muss mir mal, ich muss mir mal hier ein anderes Ziel suchen. Oh Gott. Ja, ich habe mir doch schon wieder irgendwie einen Haxen gebraucht. Ne, doch, ne? Also, mir scheint es jetzt scheinbar gut zu gehen. Ja, drüben. Hier, ich hoffe, das ist ein Kopa. Ah, ne. Oh, shit. Okay, ich glaube, ich soll ein bisschen schneller über die Straße suchen. Oh, der hat den Knarre. Vielleicht kann ich den unboxen. Warten. Warten Sie. Ja. Oh, der kommt jetzt. Oh. Okay. Okay. Jetzt, 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 lasst ihr mal eine Backpfeife geben. Ey, da liegt noch mal ein Bein. Warten Sie. Oh. Oh, nein. Warten Sie. Ich will mal eine Knarre wieder. Warte. Nein. Nein, jetzt habe ich sie weggeworfen. Gib sie wieder. Okay, was ist mit denen? Was ist mit denen? Ernsthaft? 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 Ich kann ja gar nichts machen damit. Oh, das. Ähm. Sir, also ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, sie haben irgendwie leichte Probleme mit ihren Klamotten. Egal. Steht der nochmal auf? Steht der tatsächlich nochmal auf? Wow. Ah. Geh weg. Ey. Was? Fühlst du, hä? Denkst du wirklich, du kannst dich mit mir anlegen, ey? Ich mach dich weg. So, gib mal her. Ich will meinen Taser wieder. Das ist die Taser-Schelle und danach... Oh, den finden wir eigentlich mal. Hi. Bye. Tschüss. Okay. Wow. Wow. Das ist so dumm, ey. Ich hatte es, glaube ich, gerade immer auf der Bananenschale zerrissen. Ja, warten Sie. Oh. Oh. Knochenbruch mal wieder. Äh, was ist mir gerade gebrochen? Ach, der Ober... Oh. Ah ja, aber der Typ, dem geht es noch gut, also. So. Der läuft, ey. Hi, was geht ab? Na? Ach so, ich hab gedacht... Geht die auf mich los? Ja, die geht auf mich los, oder? Ach nee, die rennt weg. Schade. Hab ich gedacht. Oh, die hat's. Boah, shit. Was ist mit dir verkehrt, ey? Verzieh dich. Oh, ich kann sogar... Oh, okay. Ich kann sogar schnell schießen mit dem Kressenverliebungswappen. Eindeutig. Damit kann man voll viel Scheiß anstellen. Okay, was kann ich hier machen? Gar nichts. Ja, was denn? Schade. Geht nichts. Okay, hier kommt die Police. Kann ich in Stücke schießen? Alles klar. Ja. Ähm. Ich würde mal gerne auch in so... Kann ich hier mit irgendwas rumfahren? Da müssen wir uns echt mal rumgucken. Ha. Da hinten steht ein Auto. Das scheint hier... Ja, doch. Juh. Kann ich irgendwas machen? Warten Sie, stehen Sie... Oh. Oh. Ich glaub... Oh. Ey, lässt du mich da auch mal... Ja, was ist denn jetzt los? Ich glaube, ich bin... ...dackend in deinem Auto. Ach so, ich hab... Ah. Okay, warte mal... Da hinten doch nicht das Auto. Ist bescheuert. Nein. Nee, ist doch dumm. Oh. Regulator. Aber ich komme hier anscheinend. Ich kann ja nicht in die Autos ran. Also muss ich hier... Das bin ich. Warten Sie, Sir. Das bin ich auch. Der macht mich... Der walzt mich hundertprozentig weg. Ich will das Ding auch haben. Warten Sie. Ich kann hier halt echt... Oh doch, da ist eine. Wartet, Leute. Wartet, wenn ich da drauf kann. Ey, das wäre so... Geht's gut, ne? Oh, ich kann damit rum. Ha, 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 ha. Ihr seid dran, ey. Wo, wo hab ich hier welche? Warten Sie, warten Sie, warten Sie, warten... Wow. Okay. Oh, oh, shit. Okay, okay, ja. Also, uns geht fast noch gut. Nein. Ist das Ding jetzt echt so nett? Es ist noch fast ganz. Komm schon. Oh. 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 Ich glaube, uns hängt ein Auge hier. Ja, uns hängt ein Auge raus. Ah, ja. Hat keiner gesehen. Was ist denn hier? Boah, shit, der... Oi, oi, oi. Was ist mit dem? Ich glaube, der hat leichte Auge raus. Ey, jetzt was ist immer in Ruhe hier. Ich bin einplanig und einarmig. Toll denn das? Oh, den, den walze ich platt. Warten Sie. Okay, zumindest ich habe noch einen Arm, aber damit kann ich... Yeah. Damit kann ich die Walze fahren. Pass auf. Mein erstes Hopfer. Oh Gott. Ey, die Steuerung ist echt komisch. Warten Sie, Sir, bevor Sie da wieder langfahren. Ich will jetzt... Nein! Boah! Ey, ich lieb noch. Warte. Oh! Oh! Ich glaube, das mache ich nichts mehr. Äh. Ach so. Kann ich mal... Nein! Ach, warte. Egal. Ah, wie geil, ey. Das ist einfach so stumpf, das Spiel, ne? Aber es macht schon Bock. Also man hat ja freie Entscheidungsgewalt, was... Oh. Oh, ja. Das fühlt... Warte. Das trifft mir halt auch noch. Oh, oh. Ey, verpiss dich. Mach die Steine, spieß, ey. Woll, Achmed, gehst du. Was meinst du, ha? Spieß dich auf. Warte. Kann ich den da rein? Ich will den da reinhauen. Nein, nicht drauf. Komm schon. Oder warte. Oh mein Gott, ich brenne. Ich brenne. Halt dich auch mal auf. Warte mal, ich tue es dir nix. Nein! Oh mein Gott. Nein. What? What? Wie geil. Wie geil. Also es ist genau das richtige Spiel. Ich meine, klar, es ist vielleicht nicht so vergleichbar mit den Mainstream-Titeln. Aber ich glaube, da kann man schon einiges an Zeitrand investieren. Wow, shit. Ich glaube, ich... Oh, shit, shit. Komm. Oh Gott, der macht mich jetzt. Nein. 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 Wie geil, ey. Also, nein. Oh Gott. Also, wir... Ich glaube, uns geht es nicht so gut. Oh Mann. Aber ich kann trotzdem noch austeilen, oder? Oh. Ähm. Also. Ich... Das ist... Oh Mann. Kann ich überhaupt nur irgendwas machen oder einfach nur so dumm rumrollen? Oh. Ey. Ich hab... Was ist das denn? Warte. Warte, ich hol dich. Ah, ich kann doch wieder laufen. Okay. Dann werden wir jetzt zum Abschluss mal gucken, was da passiert. Kulasch. Kommt gleich. Warte, wie du die Hackfleisch. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Ja. Also, gerade eben... Das ist vielleicht auch noch etwas, was ich erwähnen sollte. Ist dieses Spiel auf jeden Fall für... Ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube... Irgendwas unter 12 Euro auf jeden Fall im Angebot. Noch bis zu 25. Auf 7. Also, wenn ihr einen PC habt und... Euch gefällt das Spiel... Dann... Würde ich euch auch auf jeden Fall empfehlen, jetzt zuzuschlagen. Ich weiß nicht, was der Originalpreis von dem Spiel ist. Aber... Es ist auf... Oh, yeah. Das ist so geil. Und boom. Oh, shit. Warte, wie viele... Boah. Wie viele... Damn. Okay. Ich habe neun Bereiche entdeckt. Geil. Okay. Aber bevor wir den erforschen, beende ich das Video auf jeden Fall an dieser Stelle. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir fürs Zuschauen. Gerne ein Like und oder Kommentar da lassen. Vielleicht sogar auch noch abonnieren. Keiner weiß. Aber jeder weiß, Support ist kein Wort. Damit bedanke ich mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Besuchen Sie uns? Die Needle macht mir Spaß. Vielen Dank.